Heyo und herzlich willkommen, hier ist auch in Nervensegel Ragnar zu einem weiteren Speeddrawing. Und zwar wieder ein kleiner Korgi und wieder ein Wappen. Diesmal ist es der Korgi eines sehr guten Freundes. Und zwar der kleine Odin. Odin ist mit einer sehr, sehr seltenen Feldzeichnung versehen. Also soweit ich weiß, gibt es wohl nur eine Handvoll Korgis, die diese Feldzeichnung haben. Und der kleine Odin ist mir einfach sehr, sehr stark als Herz gewachsen. Deswegen habe ich den einfach mal gemalt. Der Hintergrund, also das Wappen selber, ist mit russischen Motiven gestaltet worden. Ganz einfach, weil Odin selber aus Russland stammt. Der ist nach Deutschland mal importiert worden. Und ich dachte mir, zu dem Wappen passt es einfach seinen Ursprung noch ein bisschen mit reinzusetzen. Das Ganze ein bisschen in grün und braun Tönen gehalten, damit es sich nicht zu sehr sticht und gut zu Odin passt. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zusehen. Und natürlich wird es noch mehr Bilder dieser Art geben. Es ist noch eins geplant mit meinem zweiten Hund und noch ein paar andere. Und natürlich auch noch die Bilder des Wettbewerbes. Die zwei, die dann folgen werden, sobald halt die Gewinner entschieden wurden. Und ich wünsche euch allen auch einen sehr schönen Tag. Und man sieht sich! Und ich wünsche euch allen auch einen sehr schönen Tag. Und ich wünsche euch allen auch einen sehr schönen Tag. Und ich wünsche euch allen auch einen sehr schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020